Hallo, ich bin Doug Krümerk von Hundeerziehung ohne Stress. Und ich denke, der größte Fehler, wenn der Hund was kaputt gemacht hat, ist einfach, dass wir zu spät darauf reagieren. Das bedeutet, wenn wir nach Hause kommen und die Couch ist angefressen, dann machen wir natürlich einen mächtigen Aufriss, aber es ist einfach zu spät. Der Hund hat diese zeitliche Verknüpfung gar nicht mehr. Der Hund lebt im Hier und Jetzt und er wird natürlich schon merken, dass Herrchen sauer ist. Vielleicht ist auch intelligent genug zu wissen, Herrchen ist sauer, weil die Couch kaputt ist. Aber was er nicht weiß, ist, dass in dem Moment, wo er alleine war und die Couch kaputt gemacht hat, dass das der Moment war, der uns gestört hat. Diesen Zusammenhang kann der Hund einfach nicht herstellen und darum hilft es dem Hund überhaupt nicht, wenn Sie nach Hause kommen und ihn fertig machen, weil die Couch kaputt ist. Also kann ich nur empfehlen, versuchen Sie Ihren Hund dabei zu erwischen, wie er Dinge kaputt macht oder randaliert. Dann können Sie auf ihn einwirken. Ansonsten ist es zu spät und Sie müssen sich wohl oder übel damit abfinden, dass Sie eine neue Couch brauchen. Wenn man sich entschlossen hat, einen Hund anzuschaffen, muss man natürlich auch ein bisschen damit rechnen, dass Dinge kaputt gehen. Womit man noch alles rechnen muss, wenn man einen Hund hat, schauen Sie am besten mal unter www.hundeerziehung-ohnestress.de nach. Womit man noch alles rechnen muss. Vielen Dank.